Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney Streamlight Valley mit mir, eure Fania. Und solltest du neu hier auf dem Kanal sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und kommentiere doch ganz, ganz fleißig und ins Kommentarfeld hinein, würde ich mich mega, mega drüber freuen. Ja, das letzte Mal hat mir Stitch geholfen und jetzt können wir auch weitermachen, denn wir mussten ja irgendwie einen Tag warten für seine Band. Und ich würde sagen, wir sollen mit Stitch sprechen. Steht er da eigentlich noch im Schloss oder... Nein, er ist natürlich jetzt da unten. Wo ist er denn? Da, da ist er. Hey Mann, sprich mit mir. Mach ich. Das Konzert steht an. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Danach kann's viel Kokoskuchen essen und Kaffee trinken. Achso, danach ganz viel Kokoskuchen essen und Kaffee trinken. Steht's. Sehr, sehr bereit. Das wird toll. Hast du Lampenfieber? Hm, nein. Nicht nervös. Vielleicht ein wenig nervös, aber trotzdem gut. Oh, Fenja. Band muss einen Namen haben. Wie soll Stitch Band heißen? Bösometer-Buben zum Zerstören gebaut. Ohana? Me-ga-na-la-quist. Also entweder zum Zerstören gebaut oder Bösometer-Buben. Ich weiß nicht. Irgendwie eins von beiden finde ich irgendwie geil. Aber ich glaube, Bösometer-Buben hört sich um. Oder zum Zerstören gebaut. Hm. Tja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich hatte jetzt gesagt, wir würfeln das aus. Aber ich habe keinen Würfel hier. Okay. Obwohl, gibt es eigentlich einen Handy-Würfel? Gibt es sowas? Gibt es hier sowas im Handy? Handy-Würfel-Spiel. Ah ja. Online-Würfel. Mit einem Würfel. Okay. Ich würde sagen, wenn... Ja. Ich würfel einfach mal los. Wenn es die Eins wird... Hm. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich teste mal Würfeln. Ein Würfel. Würfeln. Ach so. Okay. Okay. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, falls ich hier die Eins würfel, wird es das hier. Bei der Zwei wird es das. Ja. Okay. Ich würfel jetzt. Es ist die Drei. Das bringt mir nichts. Ja. Jetzt haben wir nochmal die Eins gewürfelt. Also, Bösometer-Buben. Jo. Bösometer-Buben ist guter Name. Ich werde bei Dagobert Duck die Anlage abholen und sie am schillernden Strand für euch installieren. Dankeschön. Bitteschön. 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 so wie habe ich schon oh mein gott ich war hier schon ein paar tage nicht mehr online muss ich gestehen ich habe bestimmt einige geile sachen verpasst das stimmt allerdings ja ja ich komme ja schon da will ich ein glück das ganze dorf kommen zu diesen konzert fern ich sag ja immer dass es viel geld in der unterhaltung gibt ich habe die tonanlage für dich aus dem lager geholt ich hoffe diese jungs sind bereit eine show zu bieten willst du mein rad wo man das machen könnte der schillernde strand wäre ein guter wort ja ja bis bald stell die tonanlage auf den schillernden strand mache ich das land das land war dann ist das egal wo dann würde ich das nämlich irgendwie hier vorne hin also hier so hinstellen weil dann könnten die leute hier auf dieser stufe stehen und das wäre eigentlich ganz geil würde ich sagen ja ich glaube ich glaube so machen wir das ja erst mal später können dann kann ich es ja dann immer noch weg dekorieren also um dekorieren weg dekorieren ich dekoriert das weg aber da stehen ja noch die 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 dings und von eric und die müssen wir ja dann mal um umstellen wir wollen ja nicht dass die leute stolpern das wäre ja sonst kacke doch mal nicht so 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 brauchen wir das okay die können wir einmal aber ich glaube wir müssen genau so ne ist ja schon wieder falsch rum ja doch so also mikro war schon richtig das ja so 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 oh ich bin auch dabei das ist ja nice süß das gefällt mir das sieht gut aus auch so mit donalds boot im hintergrund das ist schon nice ja doch 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 nicht willst du stich alle gekommen um stich musizieren zu sehen was mutschbär sehr froh du klangst großartig daccafania dafür ist wie ohana als stich allein im raumschiff war allein und vergessen aber jetzt nicht mehr allein und vergessen gibt hier zwar nachtdorn und vergessen aber tal trotzdem schön ja trotzdem schön danke fernia danke dass du hier im tal bist du bist ein musterbörger geworden stich etwas getan und fernia dogaba gesagt danke kaputtes raumschiff zu dagibert gebracht und er zur reparatur geschickt raumschiff nicht fliegen ist okay keine sorge stich es ist ein bisschen kaputt aber das wird schon wieder ja ich würde sagen das haben wir fertig ach so jetzt ist das ist das weg oh wie schade ich dachte das bleibt so ich hätte das gerne so so als kleine musikbühne gehabt schade 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 was haben wir denn hier noch mini stich haben wir ja jetzt fertig haben wir noch dagobert äh donald meine ich dagobert gofi maui hätten wir jetzt auch noch bei mini könnten wir auch noch weitermachen muttergurtel haben wir auch noch nicht mehr weitergemacht ähm ja ansonsten hier die habe ich irgendwie immer noch nicht gelevelt wo die ist immer noch nicht level 4 ähm oje ich musste mich da echt mal wieder ransetzen aber momentan komme ich einfach nicht dazu naja gut dann würde ich sagen machen wir beim nächsten mal hier mit donald ich denke mal wir arbeiten uns von oben nach unten runter ist glaube ich einfacher denke ich mir mal boah würde ich sagen wird diese folge jetzt ein bisschen kürzer aber ich hoffe das ist nicht so schlimm beim nächsten mal wird die folge wieder länger je nachdem ob ich dinge brauche dafür oder nicht aber ich hoffe es hat euch gefallen der letzte part mit den süßen kleinen stitch ich fand es super süß ja ist einfach niedlich und ja wie gesagt wenn es euch gefallen hat kommentieren abonnieren glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bleibt gesund eure fania tschüss 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 Vielen Dank.